Sendung Moment, jetzt ist es gut 3 2 So nehmen wir das Es nimmt schon die ganze Zeit auf Es nimmt schon die ganze Zeit auf Nein, man sieht es nicht Was soll mit der Hände jetzt so? Ja, ja, ja So, wir können immer so hoch Ist gut Was sagen wir jetzt? Nein, mit dem Handy Ah ja, genau Nimm die Hände hoch Ich mache jetzt an Äh Wenn der Henry fragt Die Leute fragt Du hättest gemerkt, gell Nein, sicher nicht Schauen wir dann einfach weiter aus Ja, ist gut Ich bin hier Ich bin hier Bin ich richtig? Hä? Ist gut Äh, sieh, sieh, sieh Biss Was? Geht's? Ja Das ist dumm, der Sieh Mach das mal, doch gar nicht einfach Voraus, du willst gleich weiterreden und du willst etwas ein Nein Ein Obst Es geht nicht Okay Jetzt hört doch Was? Wollen wir die Vila Casa vortragen? Nein, Tobias Nein, hinten dran Was machen wir hinten dran? Wir machen zuerst das, was du sagst und dann kommt auch das mit Vila Casa Also Gut Ah Gott Äh, also Du dich dumm Er darf das Nasdiertchen Gerne Eigentlich soll ich euch aufnehmen Nein, nein. Nein. So. Also, äh, gut. Wenn Henry Ford Leute gefragt hätte, was sie sich wünschen, was hätten sie gesagt? Schnell die Rasse. In diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Villa Gaza, euer vermagter Verwohnung. Mein Name Markus Gerber. Oh, das ist kein Blücher. Pfff.